Einer bleibt in der Luft, der rett vor. Kommt! Alle rein da! Weg! 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 Schiech! 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 Abruppen lassen! Und Janik schenkt. Gut, Felix! Aufpassen, Janik! Jetzt! Was? Janik! Das ist ein Freundschaftsspiel! Macht der andere das auch? Ja, wer geht hier rein? Ja! Oh! Klasse! 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 Super, Lukas! Lohnt sich das doch, dass er Honig an die Anschluss macht! Ja! Also aufpassen, dass nicht irgendwo ein Braunberg kommt! Ich kann das mal wieder rannehmen und werde ich noch von hier! Ist das so die Pferde? Ja! 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 Raus! Raus! Raus aus der Ecke, Felix! Genau! Über die Mitte! Noch beide über die Mitte! Und Mjani! Jetzt! Na! Boah! Schade! Oh, schade. Tor? Ich kann das nicht. Dennis, weißt du das? Komm mit, 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 Mann! Den Pass auf Felix zu spielen. Ja, ja. Ja, ja. Schade. Ja! He 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 he! Jingle-Gunsch. Aus, Tom, aus! Bitte, raus! Vorbein! Nichts, hier. Ja, sehr schön. Jetzt! Jetzt! Hey, warum hast du das so eben verzählt? Okay, ich dachte schon, ich bin verstanden. Ja, stimmt. Es sah so aus. Ja, deswegen ja. So, jetzt können wir noch einmal in die Zeit fahren. Entspannt euch noch nicht jetzt. Ja, okay. Bogen. Komm in den Sturm, ne? Fangen dich. Drei Leute davor! Komm! Das sieht so hammerhart aus. Du musst früher fahren. Du denkst in deinem Kopf, oder? 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 Schau mal. Schau mal, die beiden. Nur in die Mitte. Die beiden stehen schon. Das ist eine gute Variante. Aber der hat nicht... Nur so laufen in der Mitte. Die beiden stehen schon da. ...und die beiden. Die beiden stehen schon da. Die sind ja auch von links. Die sind ja auch von links. Die Position ist geräten. Die sind ja auch von links. Die sind ja auch von links. Mit Luca-Teilen. Da müssen sie nicht so viel und links einhalten. Ja. Ja. Ja, hier ist aber... Hey, hey! So, pass! So, und nicht. Ich hab' den Raum mal. Ja, und dann. Wir können einfach so weg können. Wieso aber sehr? Ja! Ja! Ja, hier ist aber... So, pass! Hey! Auf Yannick, auf Yannick! Ja, ja, ja! So, der Teil, du wär' ja die Spieler noch brak. Die ist zu spät! Entschuldigung! Entschuldigung! Das ist hier! Ja, aber dann... Das ist so, der Rulli! Nein! 05! 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 Die hat ihm noch nicht mal eine richtige Chance. Oh, Henny, der kleine Quirl da. Ja, ja, super. Ja, oh, oh. Annehmen, Luis, unterholen. So, meine und Herren, mein Akku sagt eine Minute. Die letzte Minute, die fallen drei bis vier. Ja, 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 ja. Ah, hey, Schale. Oh, hey, unglaublich. Die hat er so irgendwie gemacht, Mensch. Ich hab auch nicht verstanden. Die hat ja den Ball so im Winkel gekriegt. Schade. War noch ein Fuß im Weg. Sehr gut. Geh doch mal rein. Achtung, Achtung. Bitte. Bitte. Heute gespielt. Jede Position ist gut. Ja. Ich denke, es sind schon besser. Ja. Da geht's jetzt einfach. Ja? Ja. Vielen Dank.